Und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3, den Remake. Ja, da wo wir eben nicht weitergekommen sind, unbedingt so, werden wir jetzt, wir werden jetzt mal zaubern, wir werden jetzt mal den kombinieren und dies kombinieren und... Ah! Okay. Könntest du mal bitte... Oh nein! Ich habe wirklich keinen Nerv dafür, mich... ...mich mit euch da noch zu beschäftigen. Ah! 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 Du Dreck-Sack. Du kleine Dreck-Sau. Ich muss die alle damit erwischen. Neue Taktik. Wir laufen hier hin und erwischen alle mit einem Streit. Nein! Ich wollte mich heilen! Ist das doof. Ist das doof. Vor allem, wir haben es schon so weit geschafft und dann hat uns einfach so eine Psychofrau da besiegt. Weil wir keine Muni mehr haben. Das ist echt traurig. Ich bin so vorsichtig. Geheilt muss ich jetzt auch mal werden. Kombinieren, kombinieren. Nein! Du lässt mich jetzt los. Kombinieren damit. Und jetzt... Ach komm schon! Ich muss doch erstmal nachladen. Ihr Bastardich! Das schreit förmlich danach, dass die getötet werden wollen. Das schreit förmlich danach, dass ihr... Vielleicht wenn ich schnell genug bin... Nein! Ja... Du... Keine Sorge, ich reg' mich gar nicht auf. Ja, ja, ja. Dann machen wir den jetzt zuerst und rennen dann da durch. Irgendwann habe ich die perfekte Taktik herausgefunden. Dann bin ich aber auch schon 20 Milliarden mal gestorben. Und dann bin ich auch schon mal gestorben. So, jetzt. So. Kombinieren. Kombinieren. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, woher ich... Oh nein Hat ja wirklich viel geklappt Das hört nichts Toll 2 Schuss Wie soll ich denn da jetzt durchkommen Oh ja Ich weiß nicht wie ich das beim ersten Mal da geschafft habe oder das zweite Mal ich habe glaube ich die zwei geschossen und alle waren gleich tot irgendwie Ich weiß nicht ob das Glück war oder oder was anderes Das kann ich euch echt nicht sagen Ich muss mich zuerst teilen ansonsten werde ich dort immer wieder sterben also muss ich zuerst das Heilspray opfern Mein Kopf ist auch gleich verwundbar Mein Kopf ist auch gleich verwundbar Mein Kopf ist auch gleich verwundbar Ja klar Töte mich doch gleich Ich sag's mal so Warnungsentwahr zum Heilnahme nix Ja Hab keine Ahnung Ich weiß es doch auch nicht Ja das weiß ich doch Aber das Spiel Hast du dir schon mal meine Lebensenergie und meine Munitionsvorräte angeguckt Warum muss ich auch so mächtigern klug sein und auf Veteran spielen Aber das habe ich ja in Kauf genommen Dass ich an einigen Stellen mal wieder neu anfangen muss Jetzt Oh man Beißen die mich gerade gleichzeitig Komm Aus dem Weg Und du auch gleich als nächstes Ja klar Ihr dreckigen Bastarde Ich hab ne neue Idee Mal gucken ob die klappt Erstmal heilen Dann hiermit nachladen Erst die meisten davon erledigen Und dann Den Rest damit abfahren Oh man das ist doch echt nervtönt Wir waren schon einmal drin ne aber diese Hexe hat uns ja da getötet Oh man Hab ich schon Oh nein ich hab vergessen Ich hätte es vielleicht schaffen können Du läufst mir doch hier nicht hinterher oder da war doch was oder So ich bin nämlich Gefahr Da war doch was oder Komm her Komm her Komm her Komm her Komm schon Komm schon Oh Ups Das wird wieder nix Jetzt haben wir nämlich überhaupt keine Muni mehr Das wird doch wieder nix Das wird doch wieder nix Ja das musste ich jetzt machen Das wäre doch wieder nix geworden Weil der nicht drauf gehen wollte So Dann einmal hier hoch Und dann einmal hier rein Geheilt sind wir Ja So gut es geht natürlich nur Aber Immerhin besser als gar nix Achse weg Alter Ich hatte noch einen Schuss Komm Oh lass mich in Ruhe Ich hoffe einfach mal Das war Hier alles erwischt haben Ja Kombinieren Kombinieren Und während ich hier langlaufe Und Wurzeln schlage Die Und dann Das war Genau Wirklich Das war Wunder Die 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 So viel hat dich noch gar nicht getroffen, oder? Hab ich dich? Hab ich dich jetzt endlich? Ja, sehr schön. Kleines Problem, eins haben wir da noch drin, 17 Schuss. Und fast tot, so dass ich nicht angegriffen werden darf. So, dann hätten wir das kleine Problem auch erledigt. Jetzt bloß aufpassen, ich hoffe, gleich wird gespeichert. So, das haben wir uns schon tausendmal durchgetreten. Ja. Ja, wird Nemesis genannt. Hier ist die nächste Probe. Haben wir jetzt alles? Werden wir ja sehen. Oh, da ist eine Kamera, beobachtet er uns? Ich hoffe, wir kommen jetzt ohne Zwischenfälle zurück. Oder dass zwischendurch gespeichert wird. Aber ich ahne schon, dass das hier gleich alles kaputt geht. Hab ich doch gesagt. Soll ich das jetzt nur schaffen? Soll ich das jetzt nur schaffen? Warum hab ich denn das jetzt weggeschafft, ohne dass die rausgekommen sind? Naja, mir ist es egal, mir ist es recht so. Aber warum? Stimmt. Das war die Geschichte. Ich will den Bug doch nochmal haben. Okay. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich ohne irgendeinen... Oh, ich hab einen Hals... Wo hab ich denn das Halsbräer? Ah. Ich weiß es. Ich weiß es. Und zwar, wenn ich gespeichert war. Die Treppe halten wir nochmal. Ich weiß es. Ich weiß es. Warum ich hier durchgekommen bin. Das heißt jetzt, ich brauch die aber für mich selber. Wie soll ich denn dann da durchkommen? Nehmen wir das erstmal. So. Dann gehen wir erstmal hoch. Würde ich sagen. Gehen wir da erstmal hoch. So. Komm. Beißt mich einmal alle. Kommt. Ich werde mich jetzt hier. Ich werde mich so nachdenken. Ich werde mich einmal am Anfang. Ich werde mich überraschteren, ich werde dich aus. Ich werde mich jetzt höher. Ich werde mich überraschteren, Wie soll ich das nur schaffen? Da bin ich echt überfragt und überfordert So, jetzt muss ich das nehmen Und jetzt muss ich kombinieren und kombinieren Und hopp Komm Lass mich in Frieden Ich hab gesagt, lass mich in Frieden Ich sagte, lass mich in Frieden Komm her Okay Nein Hört jetzt mal auf Jetzt Hört mal auf So Kombinieren, kombinieren Nein, du Bastardsohn Ja Wären die dann nicht noch die das bewachen, dann wäre das eine Leichtigkeit Okay Kümmern wir uns zuerst um den normalen Sami Der kommt da ja als erstes raus, damit ich ja keine... Ja genau So So Benutzen Äh, nein, nicht untersuchen Ben... Ey Ja 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 jetzt habe ich den ersten erledigt und nummer drei erledigt an euch aber erst wenn ihr alle wieder eure wege getrennt hat zusammen da seid irgendwie perfekt der eine da ist tot ja schön eine kugel habe ich noch gesund paar mehr habe ich noch nein nicht wegwerfen hier kombinieren okay so kombinieren kombinieren ja du bist da immer der letzte der letzte der letzte der letzte dann geht mir auf den zack kostet ihr noch alles komm schon So. Gucken. Das war den ersten jetzt hier. Sehr schön. Kaka. Komm. Sehr schön. Und du bleibst da gefällig liegen. Und du bleibst da gefälligst. Oh, da hat er. Da hat er dir das Leben gerettet. So. Du hast das Leben nicht verdient. So, endlich. So. Dann hier. Ja. Nein. Also ja. Die Frage ist nein. Die Sache ist nur die, dass wir wieder sterben werden. Keine Muni, keine Heilung. Und mehrere solche Viecher. Ja. Wie soll ich da nur wieder rauskommen? Jemals. Das heißt, irgendwie muss ich die besiegen, aber ich kann den nicht besiegen. Ich werde nochmal ein Saferoom laden müssen, weil ich habe glaube ich in meinen Spind noch Munition, also Schießpulver um da was zu kombinieren. Ich mache das auch mal eben. Ich mache das auch mal eben. Laden. Das mache ich jetzt noch schnell. Auto. Auto. Aus der Auto. Bio. Schaut bekommen. Wo habe ich denn sonst den im Schluss drin? Der letzte Speicherpunkt ist 55 glaube ich. Da haben wir noch den Stick. Aber noch nicht die zweite Ampulle und auch nicht die erste Ampulle. Aber immerhin haben wir hier hochwertige Schießpulver herausnehmen. 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 Das nehmen wir hier raus. Dann haben wir hier den Stick der hier reinkommt. Sperre aufgehoben. Ja. Ciao. Ciao. Komm. Gib mir Transaktion Nummer 1. Ja. Ach den habe ich hier schon quasi. Oh. Guck mal ja. Ja. Vielen Dank. So Komm Warum tötet er mich gleich? Ich war nur Banu Die dreckige Sau So Ich will das jetzt schaffen Springstoff A So Das ist das was ich mitnehmen werde Wobei wenn ich dann am Ende Zweimal Schießpulver habe Will ich auch zweimal Blindenbunny haben Ach habe ich mit Habe ich alles mit Das ist sehr schön Komm USB Stick rein Ich werde aufgehoben Sehr schön Weg da Komm 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 Sehr schön 18 Schuss Schaffe ich es die hier drinnen Nein Der Kopf ist leider nicht geplatzt Hi Nein Genau Leg dich da mal hin Komm Gib dir Probe mir Ja Ja Ich würde den Part an der Stelle erstmal beenden Und bis zur Stelle wo wir eben waren Alleine weiter arbeiten Und dann Also wo wir davor waren Und dann sehen wir uns Sehen wir uns im nächsten Part wieder Vielen Dank fürs Zuschauen Ciao Ciao Ciao